Fifty Languages 36 36 Public Transportation Öffentlicher Nahverkehr Where is the bus stop? Wo ist die Bushaltestelle? Wo ist die Bushaltestelle? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Which Bus do I have to take? Welche Linie muss ich nehmen? Welche Linie muss ich nehmen? Do I have to change? Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? Where do I have to change? Wo muss ich umsteigen? Wo muss ich umsteigen? How much does a ticket cost? Was kostet ein Fahrschein? Was kostet ein Fahrschein? How many stops are there before downtown? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? You have to get off here. Sie müssen hier aussteigen. You have to get off at the back. Sie müssen hinten aussteigen. Sie müssen hinten aussteigen. The next train is in five minutes. Die nächste U-Bahn kommt in fünf Minuten. The next tram is in ten minutes. Die nächste Straßenbahn kommt in zehn Minuten. The next bus is in 15 minutes. When is the last train? Wann fährt die letzte U-Bahn? Wann fährt die letzte U-Bahn? When is the last tram? Wann fährt die letzte Straßenbahn? When is the last bus? Wann fährt der letzte Bus? Do you have a ticket? Haben Sie einen Fahrschein? A ticket? No, I don't have one. Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen. Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen. Die Strafe zahlen. Die Strafe zahlen.